Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Nicht der Weisheit, letzter Schluss. Ja, heute geht es nochmal unter Spielen unter Linux. Vielleicht mache ich hin und wieder, vielleicht so einmal im Monat, so eine kurze Folge, was es für mehr oder weniger tolle Spiele unter Linux gibt. Und das ist denn die Folge 2, nach dem eher langen Video, was ich gemacht habe für die TUX-Tage und was es auch in zwei Teile auf diesem Kanal gibt. Und ja, dieses Mal gucken wir uns Dave Gnuchem an. Ja, Dave Gnuchem ist ein Retro Jump and Run, wobei das eigentlich noch gar nicht retro war, als das Projekt gestartet ist, denn Projektstart war 1994 und da steht auch auf der Projektseite irgendwo drin, dass es quasi erst jetzt retro ist, aber damals war es gar nicht so gedacht. Ja, zu dem Namen, Duke Gnuchem kennt vielleicht der eine oder andere von euch noch. Das gibt es schon relativ lange, die Serie, lange bevor es diese 3D-Teile gab. Da gab es schon 1991 ein 2D-Jump and Run unter DOS und daran soll sich das wohl anlehnen. Ja, genau, also Projektseite ist diese hier. Da könnt ihr den Quelltext runterladen und die Lizenz ist GPL 2, beziehungsweise Teile sind unter der MIT-Lizenz. Also es ist ein freies Spiel. Und damit ihr das selbst zum Laufen bringt, gibt es eine Möglichkeit, um das Ganze unter Ubuntu, Linux Mint, Debian wahrscheinlich genauso, aber ich mache es gleich unter Linux Mint, einmal zu kompilieren, also aus dem Quelltext ein ausführbares Programm zu machen und das Ganze in Paketformen zu verpacken, sodass man es einfach auf anderen Systemen installieren kann. Und dafür habe ich ein Skript geschrieben, das wir auch nochmal kurz angucken, was das Ganze runterlädt von GitHub und in Pact kompiliert und daraus die Debian-Pakete baut und anschließend auch noch installiert. Wenn ihr jetzt kein Debian bzw. Debian-Derivat wie Ubuntu oder Linux Mint verwendet, sondern ein Arch Linux oder OpenSUSE Leap haben solltet, dann gibt es dafür schon vorgefertigte Pakete, entweder über das Aure, das Arch User Repository, beziehungsweise normale Pakete in dem Leap drin. Da habt ihr es ein bisschen einfacher, aber unter den Debian-Derivaten, da müsst ihr es selbst kompilieren, wenn ihr das spielen möchtet. Schauen wir nochmal rein in dieses Skript, was ich für euch gebastelt habe, was ihr braucht, um diese Pakete zu bauen und hinterher Dave Gnuchem spielen zu können. Zuerst installieren wir ein paar Abhängigkeiten, das sind Abhängigkeiten, die gebraucht werden, um die Software zu kompilieren, also aus dem Quelltext eine ausführbare Datei zu machen, sodass ihr spielen könnt. Lib SDL oder beziehungsweise SDL ist eine Grafik-Sound-Schnittstelle, die systemunabhängig funktioniert. Das läuft auf Linux, Mac OS, Windows läuft es auch und damit haben sie das gebaut. Ja, da gibt es hier noch den SDL2 Mixer. Das ist dann, um verschiedene Tonströme wie Musik, also Hintergrundmusik und Soundeffekte zu mischen. Und die DAP-Helper, die werden höchstwahrscheinlich gebraucht, um Debian-Pakete zu bauen. Das Ganze installieren wir über APT, den Paketmanager bei Debian Ubuntu Linux Mint, mit dem Befehl Install zum Installieren von Paketen. Und minus Y sagt, dass wir keine Rückfrage haben wollen, ob dieses Paket auch wirklich installiert werden soll. Also es wird einfach installiert. Da es für Ubuntu und Linux Mint gedacht ist und wir Root-Rechte zum Installieren brauchen, kommt da noch ein Sudo davor, damit sich APT die Root-Rechte holen kann zum Installieren von dem Paket oder den Paketen. Als nächstes laden wir mehrere Archive runter von GitHub aus dem Repo von David Joffi. Da gibt es dann Dave Gnuchem und Releases, darunter Download und für die Version 1.0.3. Da liegen in einem Verzeichnis quasi die einzelnen Archive und zusätzliche Dateien drin, die wir brauchen. Da habe ich hier so eine Liste gemacht mit den verschiedenen Dateinamen, die es dort gibt. Da sind einige, die mit tar.xz aufhören. Das sind komprimierte Archive, wo der Quelltext drin sind, irgendwelche Spieldaten und sonst was. Und dann haben wir hier noch so eine zusätzliche Datei, die wird wahrscheinlich gebraucht, um das Debian Paket zu bauen. Oder vielleicht wird es auch ignoriert. Also ich lade die einfach mit runter und jedes Mal wird WGET verwendet, um diese Datei runterzuladen. Und mit tar.x.f.v.j wird erstmal versucht, dieses Archiv zu entpacken. Wenn es ein Archiv ist, das klappt bei allen diesen hier. Beim letzten jetzt natürlich nicht, weil es kein Archiv ist. Und da haben wir so eine Vorschleife drumherum, die für jeden Dateinamen, der hier drin steht, einen Schleifendurchlauf macht. Und dann wird in der Variablen t dieser Dateiname gespeichert und an der Stelle, wo hier $t steht, eingefügt. Nachdem das Runterladen und Entpacken hoffentlich funktioniert hat, müssen wir noch ein paar Sachen verschieben, damit die an der richtigen Stelle sind. Also es sind einige Teile aufgeteilt. Also es gibt einmal Data Source und Data. Und die müssen in dem richtigen Verzeichnis von dem Quelltext Verzeichnis sein. Also Quelltext Verzeichnis hier Dave, GNUKM 103. Und dieses Extra Verzeichnis, was wir hier entpackt haben, was aus dem einen Archiv rausgefallen ist, das muss dort in ein Unterverzeichnis. Und dieses andere Verzeichnis hier mit dem Data, das muss in das Verzeichnis Data in dem Bauverzeichnis rein. Dann wechseln wir einmal in das Verzeichnis zum Bauen und führen DPKG-BuildPackage USUC-B aus. Das heißt, dass wir ein Debian-Paket bauen möchten. Die Informationen, um das Paket zu bauen, die sind da schon abgelegt in diesem Verzeichnis. Dann haben wir USUC, dass wir das Ganze nicht kryptografisch signieren wollen. Wir wollen das bloß für uns haben. Und minus B heißt, dass wir bloß Binär-Pakete bauen wollen. Ansonsten würde DPKG-BuildPackage auch noch ein Quelltext-Paket erstellen. Da brauchen wir noch irgendwas mit dazu. Das schlägt erstmal fehl, wenn man das nicht anders noch dazu installiert und sonst was. Also von daher spare ich mir das und will bloß das Binäre-Paket haben. Denn den Quelltext habe ich ja schon für mich und von daher brauche ich das auch nicht. Nachdem das Bauen von den Paketen stattgefunden hat, da habe ich verschiedene Pakete, die ich installieren möchte. Die liegen eine Verzeichnisebene höher, von daher wechsle ich dort rein. Und dann installiere ich dieses Paket hier. Da sind die Spieldaten drin. Und dieses Paket hier, dort sind die ausführbaren Bestandteile, also eine Startdatei und sowas drin. Das Installieren mache ich über DPKG. Das ist der Paketmanager auf niedrigerer Ebene. Also nicht so wie APT, kann Dinge aus dem Internet herunterladen und Abhängigkeiten auflösen. Das kann DPKG nicht. Aber mit DPKG kann ich einzelne Debian-Paketdateien, die mit .dep, einfach installieren. Und der Parameter "-i", bedeutet installieren. Und da ich wieder Root-Rechte brauche, kommt ein Sudo davor. Ja, soweit die Theorie. Ich habe es auch schon einmal durchgespielt. Mal gucken, ob es heute wieder klappt. Aber wir werden sehen. Ja, ich bin jetzt unter einem Gliedungsmitte 21 schon mal so ein bisschen Vorschau auf den Sommer. Also so sieht es draußen nun wirklich nicht aus. Wie man vielleicht gesehen hat hier, es ist Wichtelzeit, Wichtelteezeit. Von daher draußen liegt sogar Schnee. Aber das soll uns auch egal sein. In den Folien, die ich vorher gezeigt habe, da sind auch die Links drin. Also auch ein Link zu dem Skript, was ich da gerade eben vorgestellt habe. Und in der Videobeschreibung, da findet ihr denn die Beschreibungsseite zu dem Video, was ihr gerade seht. Und da ist auch verlinkt, wo ihr die Folien findet. Und von da aus könnt ihr denn das Skript runterladen. Ich packe das hier mal kurz rein. Also ich habe mir das in Zwischenablage kopiert. Und das wäre der folgende Pfad, wo ihr das Skript runterladen könnt. Aber ihr müsst das jetzt nicht abtippen aus dem Video. Also ihr wisst jetzt, wo ihr das Ganze findet. Und mit Wget könnt ihr es runterladen in euer aktuelles Verzeichnis. Da ich das aber noch nicht auf dem Webserver drauf habe, funktioniert das noch nicht. Aber wenn ihr das Video seht, dann ist es soweit. Dann könnt ihr es auch unter diesem Pfad runterladen. Von daher habe ich mir das Skript jetzt auf anderem Weg auf meine VM drauf kopiert. Ich mache das jetzt noch einmal ausführbar. Mit crmod plus x. Damit kann ich Ausführungsrechte und Lesenschreibrechte für Dateien festlegen. Und plus x. Damit füge ich das Ausführenrecht hinzu. Und nur dann, wenn diese Datei ausführbar ist, dann kann ich einfach hier mit Punkt Schrägstrich DaveGnuchem install sh dieses Skript starten. Ansonsten könnt ihr auch sowas machen wie bash DaveGnuchem install sh. Und dann würde es genauso ausgeführt werden. Also das könnt ihr so und so machen. Führt aufs selbe hinaus. Das ist jetzt dieser Punkt, wo ich mein Benutzerpasswort angeben muss. Unter so einem Ubuntu oder Linux Mint. Um Route-Rechte zu bekommen. Um Pakete zu installieren. Dieser erste Schritt war ja das Installieren von diesen Bildabhängigkeiten. Damit ich meine Debian-Pakete bauen kann. Und dass es kompiliert werden kann. Und so weiter und so fort. Gebe ich jetzt einmal mein Passwort hier ein. Von diesem System. Bäue ich es natürlich ein anderes. Ist klar. Und jetzt werden verschiedene Pakete runtergeladen. Dieses lib-sdl2-dev. Das hat noch Abhängigkeiten zu anderen Paketen, die einfach gebraucht werden. Damit lib-sdl so eine Entwicklungsumgebung hat. Sodass man auch Programme, die lib-sdl benutzen, auch damit kompilieren kann. Also das macht APT für euch. Ja, dann wird es natürlich auch hier entpackt und eingerichtet. Das geht dann bis hier. Damit sind wir mit der Paketinstallation auch durch. Dann haben wir hier verschiedene Punkte, wo von GitHub was runtergeladen wird. Und das ist so eine Ausgabe. Da wird so ein Archiv entpackt nach dem Runterladen. Das ist dann das Erste hier. Dann passiert das für die anderen auch nochmal. Da sind dann Grafiken drin. Das ist die Source-Paket, wo die Grafiken im PSD ist, glaube ich, Photoshop-Format drin sind. Sodass man es auch nochmal anpassen könnte. Falls euch Dave Gnuchem nicht gefällt, wenn ihr eine größere, kleinere Nase, größere Ohren, was weiß ich auch immer, haben möchtet. Dann könnt ihr das damit auch anpassen. Dann haben wir hier die Spieldaten selbst. Da gibt es dann Level. Das eine Level heißt Kevin. Hat vielleicht einen Kevin gemacht? Keine Ahnung. Dann haben wir hier irgendwie Musik im Ock-Format. Irgendwelche Sounds hier, dass es auch Geräusche macht, Sprites und so weiter und so fort. Das hier ist dann der Quelltext selbst. In C++, C++ ist es wohl geschrieben. Und dann geht es nach dem Entpacken auch los. Oder vielmehr dieser Punkt hier. Das ist das, was ich vorhin meinte. Also diese letzte Datei, die runtergeladen wird, die ist kein Archiv. Es wird aber versucht, sie zu entpacken. Von daher gibt es das Datei-Format nicht erkannt. XZ kann damit nichts anfangen. Was jetzt als nächstes kommt, sind Ausgaben von dpkg-Bild-Package. Da steht dann die Architektur drin, wie das Quellpaket ist oder welche Quellpaket-Version es hat. Und dann wird hier so ein bisschen kompiliert. Also aus dem Quelltext werden Binärdaten, die eure CPU auch direkt versteht. Und ja, dann kommen hier noch mehr. Und eigentlich wichtig dabei ist, dass es hinterher so aussieht, dass da keine Fehlermeldungen sind. Das sieht alles schon gut aus. Also, ja, Binärpakete hochzuladen, also das ist so weit durchgelaufen. Und dann haben wir hier unten noch den Punkt, dass dort davegnukem-data installiert wird. Und auch noch dieses Paket, was die ausführbare Datei, also das Spiel ohne Daten enthält. Also das sieht alles schon mal ganz gut aus. Und wenn ich jetzt einfach mal hier dave eingebe oder d-a-v und dann mit Tabulator ergänze, dann habe ich hier auch davegnukem als ausführbare Datei im Pfad drin. Da starte ich jetzt einfach mal und aktiviere auch nochmal hier die Spur zum Aufnehmen von diesem Spielton, damit ihr auch ein bisschen was hört, damit ich auch was höre. Mal gucken, ob mir gleich die Ohren wegfallen. Hier sehe ich auch mal diese formschönen Teile hier auf. Uiuiui, das mache ich gleich mal ein bisschen leiser. Das mache ich jetzt gleich mal ein bisschen leiser. Ja, das ist denn Dave Gnukem in der Version vom 29. November 2022. Die Version 1.0.3. Jetzt kann ich hier... Ich glaube, ich will gar nicht so viele einstellen. Also ich mache jetzt einfach hier Start. Und jetzt kann ich... Ach, da oben sind die Bilder pro Sekunde. Das Ganze läuft jetzt in der VM. Ist natürlich langsamer, als wenn ihr das nativ ausführt. Vielleicht ist es aber auch schon so, wie es sein soll. Mal gucken. Strg ist zum Springen. Alt ist zum Schießen. Achso, das ist es schon. Also nicht irgendwie hier Schwierigkeitsgrade oder sowas auswählen. Das gibt es nicht. Und ja... Wahrscheinlich... Viecher abschießen, aber davon nicht überfahren werden oder... Und man muss es natürlich auch können. Ihr könnt es bestimmt besser, wenn ihr sowas häufiger spielt. Im Gegensatz zu mir. Diese Tentakelviecher oder was auch immer es sein soll. Nicht gegen. Und Schlüssel einsammeln und... Gut gesprungen. So, hier so ein... So eine Tür. So weiter. Pfeil nach oben. Ah! Ja, genau. Ja. Ja. Macht es besser. Apfel ist auch immer gut. Ja. Jo. Genau. Probiert es einfach mal aus. Ja, das war es auch für dieses Mai. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Macht es nach. Spielt man eine Runde Dave Glucam. Oder lasst es einfach bleiben. Je nachdem. Ansonsten abonnieren, Glocke drücken und bis dann. Und tschüss. Jochen. Ja. 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 Jochen.